Ach ja.. EIN! Definitiv die bessere Waffe... Ja. So... Noo ... Naja ... Echt, hab ich gar nicht gau'gt bei mir. Echt? Ich hab ja extra ... ... oh! Du-der-dui-der war ... ... da in der Gegend. Das war relativ laut zu hören. Ist der Mikro kaputt? Ah, die Scheibe. Er trifft es. Ich glaube, der hier war es. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum sie auf die Haut geht. was hat es gemacht dass ich gehört okay ist das jetzt nicht über nein das ist die kann aktivieren allein das ist nicht ich bin ja die antivieren näher auf dem dach ist einfach platt auf dem dach die tür ein schalter da kommt eine leitung okay zu will was in der wartungsklappe ich habe es vorher durch zufall herausgefunden als ich kopf war hier liegt einfach im klone top-secret-mappe ja wo du würdest wo würdest du das ganze lager sicherlich nicht im klo das ist das das ist doch der gas futzen ich stand ums eck man hat dich gerade noch so reinlaufen sehen ich 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 so ich 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 Oh mein Gott. Hallo? Was? Negativ. Ach come on. Die Fußsprung von dem Typen sind vom gelegten Feuer zum gelegten ATM und dann raus. Und? Zu will. Okay. Gut wird es. Ach, verdammt. Habt ihr beide jetzt die selbe Klasse? Ja. Was? Stabil. Stabil. Sehr gut. Aha. Wir haben den Typen mit diesen, äh, wie ist er denn? Äh, mit diesen Bewegungsmeldern. Ja. Ja. Ja, ich denke nicht mehr erkennt. Ich wäre ja. Interessante Stellen. Boop. Auch gerade in der Lobby. Auch gerade in der Lobby. Ja, du hörst. Ja, auch das mit dem Lauf. Wirklich soweit. Ja. 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 Dieser Fuß, dieser Pelauf? Kommt. Ja, ja. Das war knapp. Dieser Scheiß, Bankangestellten stehen ständig im Weg rum. Ja, wir können den nur. Die interreter und die Spiritschreise sind in der Nähe der G hai. I- Sie sind personell, der Flur des Flur, wenn sie dafür sind. Ja, ich bin jemanden, ich bin jemanden, ich bin jemanden, ich bin jemanden, und ich bin jemanden, und ich bin jemanden. Und ich bin jemanden, als ich jemanden, bin ich nicht. Limbo, wie tief komm ich drunter? Verdammt. Ja, drehen solltest du dich nicht, wenn ich neben dir stehe. Ich hab neuer Sekunden Zeit. Nope. Ich hab ein Problem. Äh, hattest du nicht grad noch ne Geldtasche? Okay. Huch! Ja, wer weiß, stimmt das überhaupt? Naja. Vielleicht war es ja auch voller Absicht, das in den neuen Chat zu schreiben. Und nicht etwa, weil ich dumm bin. Ich glaube eher da, dass du bist. Ich mein, die Korrektheit der Angabe wurde ja schon geprüft. Ja. Hat man auch gesehen. Ja. 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 Oh. Ja, der steht ein bisschen anders. Ja, scheiß Drohne. Nein. Jetzt hat er es doch gesehen. Ja. Wenn du direkt vor mir als Kiste dich verkleidest. Ja. Jetzt hab ich ein Problem. Ja. Was wär denn dein Problem? Dass ich nur noch 42 Sekunden hab. Ja, das ist doch kein Problem. Also bitte. Ja. Ja. Geht doch da durch. Lauf, Forrest, lauf. Na, halt. Habe ich, ja. Oh, ich dachte, ich hab's da nicht mehr gemacht. Hinter dem Feuerwehrauto? Ja. Dann hab ich grad noch den letzten Fuß hinterm Reifen verschwinden sehen. Alter, ich dachte schon viel früher, ich bin fertig.